Ich weiß schon, ich bin derjenige mit den Zwischenzwaldsmalz. Ich bin jetzt mit der Kamera. Aber bitte so, dass wir das Fenster zu machen können. Ach, ich weiß nicht. So, das sieht gut aus. Das ist gerade die Nase. Ich muss nur noch fahren. Kannst du den bitte im Auto behalten? Ja. Danke. Ihr müsst mir nur Warnung geben, falls ich was tun.